Moment, ist das Kabine 9? Ne. Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklingt. Rausgerissen worden? Ich frag mich warum. Hm. Muss man eben das scheiß Ding da wegmachen. Gute Nacht, Lars. Versteckte Kamera. Sehe die Sicherheitsaufnahmen an, optional. Oh, nein. Fuck. Egal. Aufzug rufen. Deaktiviert. So, was kann man denn hier? Kann ich hier noch irgendeine Kapi... Ah ja, okay. Hä? War das wieder das hier? Warte mal. Ja, okay. Ich weiß, was sich diskonnectet hat. Ich weiß nicht, warum es das tut, aber es ist nicht wichtig. Ähm. Du musst echt ne Perverse sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Kann ich hier vorbei? Okay. Nicht schlecht. Aber in echt wäre es besser. Zwischen diesen Schenkeln könnte ich versinken. Was soll das heißen, echt? Sie besteht nur aus nullen und einsen. Du meinst, die kann sie... Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gibt es ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Zu uns müssen wir Sie hinausbegleiten. Und jetzt? Ähm. Immer diese Einladung. Immer diese Einladung, irgendwas zu machen. Ha, das ist... Ich geh kurz pissen. Alleine. Fuck. Äh, ich dachte, das verschiebt sich. Du gehst jetzt aber nicht gucken, wo dein Kumpel so lange bleibt, oder? Ich kann den auch eben hier... Warte mal. Die ist zum Entsorgen, ne? Ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ich muss den kurz... Mal... wegbringen. Passiv bei Hitman. Ja. Und das ist auch steht wegwerfen. Nicht verstecken. Da steht wegwerfen. Oh, das fand er nicht gut. Äh, wo geht er hin? Er geht ganz woanders hin. Er geht gar nicht dahin, wo das Geräusch herkam. Nice. Oh, shit. Noch einer? Ja, lauf halt, während ich... Was ist da? Uh, ein Messer. Okay, lass mich mal hacken. Äh. Äh. Hm. In den Wäscherschacht mit dir. Komm mit. Bist wieder betrunken reingefallen. Na, wie doof. Haarstuhl. Komm ich denn jetzt damit hin? Wippen auch mal sch... Ach, guck mal. Dann muss ich nicht mal die Treppe nehmen. Ähm. Ich darf hier sein. Vielleicht darf ich doch nicht hier sein. Vielleicht hätte ich nicht den Mitarbeiteraufzug nehmen sollen. Kunde, Kunde, Kunde... Arschloch. Was grüßt du heute? Ich hab's nicht gedrückt. Ich hab's nicht gedrückt. Weltenbubmler, die in der Ziti ankommen, sehen sich mit einem Dilemma konfrontiert. Blö. Pepper and Spice. Vermutige. Bulei. Okay. Ich hab's nicht gedrückt, dass es sich öffnen solle. Was hat... Was passiert hier? Wir haben was zerdeppert, aber zum Glück interessiert das hier keinen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wow. Ähm. Ich hab keine Waffen. Geh. Oh, kurz verstecken hier. Gut, dass ich die Türen alle so gut aufmachen kann. Ui. Eine Schrotflinte. Die habe ich aufgenommen, aber hatte ich halt noch nicht ausgerüstet. Hast du das meine HP-Balken backt, by the way? Der steht immer bei Null. Kann das sein? Der backt ein bisschen. Oh, fuck. Der sieht mich doch hier. Habt ihr den Alarm nochmal ausmachen? Das Problem ist, Woodman guckt jetzt die ganze Zeit hier hin. Das ist scheiße. Ich kann die Tür auch gar nicht von hier aufmachen. Dumm. Oh, fuck. Jetzt ist es irre. Let's go. Oh. Du willst spielen? Spielen wir! Endlich mal was los hier. Können wir, du Kappa, geh? Messer, hab ich auch noch nie benutzt. Haben wir hier noch ne Maschinenpistole? Okay, dann sind wir mal eben Schlitzi. Dann sind wir mal eben Schlitzi. Ganz ruhig, entspann dich. Ich suche ne Frau. Ganz ruhig. Interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Die Sache ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Ey, au. Ich weiß nicht, wie viel AP ich hab. So bin ich jetzt überladen. Jetzt kam da das Symbol, das ich überladen will. Kommt die da jetzt? Ich hab Kanaten, ne? Toll, dass ich da durchschießen kann, aber... Banaten reinwerfen, ist nicht. Ah, das war sogar Gift. Ey. Wenn meine Energie nicht rumbaggen würde. Ich bin hier unverwundbar? Ich weiß es nicht. Meine Anzeige sagt mir was anderes. Er heilt sich! Oh, der Drecksack. Juckt ihn auch nicht. Hä? Er heilt sich einfach. Und ich seh nicht, wie viel AP ich hab. Ich hoffe, das ist jetzt gefixt, der Bank. Ah, danke. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Oh, der kooperiert doch nicht. Hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kannst du aufhören, dich zu heilen. Alter, er gibt mir den Kopfschluss. Das ist aber auch eine richtig beschissene Stelle hier zum Kämpfen, ne? Aua, er ist gut. Ach, wie gern hätte ich meine Sniper hier gehabt. Er weicht aus, habt ihr gesehen? Er ist so ein Ausweich-Assi. Er ist so ein Ausweich-Assi. Da kommt man wie er ausweicht. Guck mal. Das ist so ein Assi. Ach, ich hasse sowas. Was ist das? Komm her. Das könnte funktionieren. Wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorgt uns fünf oder sechs Meter. Und zwei Jungs. Aber diesmal richtig, Junge. Nicht so wie letztes Mal. How good? Joy Toys sind deine Spezialität ab... Johnny, Alter. Er hat sie einen Ripper verkauft? That ship war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy Toys. Ähm. Da ging gerade eine Tür auf. Und jetzt sind die Wachen alle weg. Sie verarschen. Tschau. Scheiße. Scheiße. Und wie raus? Der ist aus. Oh. Na dann. Können wir dann jetzt die verbackten Soldaten da alle rumlaufen? Das sind die Besten. Wenn ihr nur geredet, wäre es so nett gewesen, ihn zu aktivieren. Ah. Der wollte nicht mit mir reden. Du hast nichts gesehen. Wie der Typ da einfach nur geguckt hat. Und nicht kommt. Ja, das war doof, dass die mich erwischt hatten. War zu uns, Niki. Uh. Was liegt denn hier? Die kenne ich. Was ist das? Evelyn's Jacke. Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Aber lenkt mich doch nicht von dem guten Katana ab, was ich gerade aufgehoben habe. Das ist gar nicht so gut. Das Messer ist besser. Let's go. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Hah. Fuck. Hä? Was ist dein Plan? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, auf, 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 auf Guck mal, dann seht ihr jetzt hier die Rambo-Methode, ist ja auch schön Was passiert, wenn man nicht sneaky ist, so wie jeder Oh fuck, das ist unfair, wenn du schießt im Nahkampf Das ist unfair, boxt doch Er geht zurück und schießt Wow, du hast dich schon wieder vermasselt Danke Johnny Warte mal Damit kann ich umgehen So, vielleicht komme ich ja jetzt Aber wenn er den Aufzug aktivieren kann, wieso kann ich das nicht Er drückt ja auch nur einen Knopf, weißt du Das ist wieder unlogisch Wenn wir ehrlich sind, ist das unlogisch, oder? Muss eben noch zu Evelyns Kabine, wo war die nochmal? Fuck, mach die Tür zu Oh, dass mir das immer wieder passiert, dass das nicht schnell genug zugeht Ähm, habt ihr gesehen, was der da auf der Map macht? Ich sage mal Ich sage mal, ich sage mal, ich sage mal, ich kann das nicht auch nicht Alla, ist das B. Wo schießen die, mit Snipern? Das geht. Irgendeiner geht hinter mir richtig mit. Panzerfaul, äh, der Shotgun ab. Ah, hier. Die kenne ich. Was ist das? Evelyn's Jacke. Zerknüllt wegen Taschentur. Muss schon eine Weile hier liegen. Der Cocktailspieß wird mir hier als legendär angezeigt. Ach, weil der ikonisch ist. Der kann legendär werden. Ah, I see. Okay. Der kann, der kann noch geiler werden. Okay. Hm. Nee, den Revolver, den ich eigentlich benutze, der ist nur normal. Und wenn ich den upgrade, bleibt der weiß. Also, wenn ich den hier upgraden würde, der nicht ikonisch ist, bleibt der einfach weiß. Der wird, also der wird stärker, aber nicht legendär. Ich hab nicht die erste Optik drinne. Das ist gelogen. Das ist schon der bessere Optik. Das ist schon hier. Ich hab die Cyberware noch nicht richtig da drin. Ich hab' ich noch nicht richtig gemacht. Aber ich hab' auch keine guten, weißt du? Ich hab' halt keine guten Mods. So, weißt du? Das ist es. Bringt mir alles nix. Jetzt ist er markiert. Lu hat selbst Mod-Hacks, glaub' ich, verwechselt mit Kurzschluss. Also, ich glaub' die haben sich nicht umgebracht bei Lu. Die haben auch den Kurzschluss bekommen. Wer ist er denn? Er ist ja krass. Verwechselt mit euch los, Leute! Wo bist du hin? Feige Sau! Feige Sau? Ich würde gern speichern. Ah, jetzt darf ich. 5се. id 6-3-4-5-6. 1-8-5-7-6-7-7-8-4-6-7-8. Bis zum nächsten Mal.